hallo und herzlich willkommen zu noch einem video alles auf jeden fall also auf jeden fall nichts mehr kann hier unten gerade das jahr ist unsere ich bin der vernichter der schmuggers hey kinder wer hat hunger ich bin der vernichter der schmuggers also das war's schon auf dieser app hat ja die früche gehört geschissen und hoffe dass ich mich besucht wird verfolgt nicht nur ein kopf für die kreis heute also bitte verfolgt nur die hier verkauft zu den meiner gletscher ich habe noch so viel andere da muss die nicht unbedingt nur das sie verfolgen ich will ja eigentlich mit allem was geben aber nicht nur mit kreis das ist ja nicht so so das habe ich euch nur gemacht vielleicht auch wie das will und noch mit euch ein bisschen reden und freue mich immer wieder auf kommentare verbesserungen bitte sagen nicht laut reden so leise stimme verändern was geld war ich ja auch alles und ja das war's das war meine letztes gletsch videos teilen weil die anderen sind all wo ich hatte gezeigt habe gehen immer im online spieler modus und wenn ihr euch wunder und das jetzt sagen habe ich die andere videos und ich kenne ja auch alle aber ich mache eigentlich nur die relevanten sachen und online gehen und hoffe euch gefällt es hoffe dass ihr mich abonniere mich das erste mal anguckt freue mich der wie gesagt kommentare die schule wurscht da hier schon schul scheiße und auf rechtes im video besucht vielleicht die besten keine munition wird super jetzt ein applaus für mich so applaus so applaus applaus los applaudiert scheiße für mich los 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 schwarz alles so tschau